Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge Basisstoff, der Miniserie, in der es um die Basics von Evangelisation geht, also darum, durch die grundlegendsten Grundlagen ermutigt zu werden, einen ersten oder nächsten Schritt in diesem Bereich deines christlichen Alltags zu gehen. In dieser Folge soll es nicht so sehr um esoterische Dinge gehen, wie der Titel eventuell vermuten lässt, also Körper, Seele, Geist, Grundhaltung für den Alltag. Ich habe es mir einfach ausgedacht, ausgesucht, weil es zum einen um etwas Ganzheitliches geht, also bei den Dingen, die ich gleich nennen werde, geht es mir nicht nur um eine rein innerliche Haltung, sondern eine Haltung, die sich äußerlich, auch körperlich zeigen kann und muss und gleichzeitig mit unserer Seele, mit unserer ganzen Person etwas Positives bringen soll. In der letzten Folge habe ich über Evangelisation grundsätzlich vor allem das Wort, die Bedeutung, den Sinn geredet und zusammengefasst könnte man sagen, jeder Christ ist Evangelist und Evangelisation ist Andersgläubige mit dem Reich Gottes bekannt machen. Und um das zu machen, um diese Möglichkeiten zu haben, um gut zu reagieren und um auch Situationen selber zu schaffen, in denen das passiert, können drei Einstellungen, drei innere Einstellungen, drei Grundhaltungen helfen und die möchte ich euch jetzt näher bringen. Ich habe in der letzten Folge erwähnt, dass es auch um die Persönlichkeit, um die individuelle und eigene Art der Evangelisation geht. Dazu sage ich am Ende der Folge noch etwas mehr, aber auch nicht sehr viel mehr dazu dann. Soweit. Jetzt der erste Punkt. Ich starte einfach mal durch. Freundlich sein. Freundlich sein. Könnte man auch lächeln schreiben. Ich habe jetzt freundlich sein mir ausgesucht als ersten Punkt und dabei geht es um genau das, was es aussagt. Ich meine damit nicht so ein aufgesetztes, voll übertriebenes, unnatürliches Lächeln oder Lachen oder gestellte Freundlichkeit. Das mag keiner, ist unauthentisch und ist überhaupt nicht das, was ich meine. Was ich meine, ist eine Grundfreundlichkeit und ein Lächeln aufgrund einer bestimmten Motivation und zwar der Motivation, dass Gott jeden Menschen liebt. Gott liebt dich, Gott liebt mich, das hast du, das habe ich als Christ erfahren und erlebt und das jeden Tag immer wieder. Aber das kann auch eine Motivation und ein Grund sein, um anderen Menschen ein Lächeln zu schenken. Und dieses Lächeln wird ihnen und kann ihnen guttun und muss nicht, aber kann auch ein Start von einem Gespräch sein oder zumindest etwas in ihnen anregen, dass sie neugierig macht oder dass sie einfach fröhlich macht und dankbar macht. Und auch das ist etwas Gutes, mit dem wir unserem Nächsten dienen können. Freundlich sein. Ganz konkret meine ich damit, dass wenn du im Supermarkt bist, an einer Kasse stehst, die Kassiererin gerade viel zu langsam oder viel zu schnell die Dinge über das Kassenband zieht, der vor dir langsam ist, der hinter dir drängelt und schon zum vierten Mal fragt, ob jetzt eine neue Kasse aufgemacht werden kann. Menschen, denen du begegnest und wo du vor allem, aber auch grundsätzlich, wo du eher nicht so freundlich reagieren würdest, natürlich aber auch jedem anderen Menschen, dem du neutral begegnen würdest, einfach ein Lächeln zu schenken. Dem in die Augen zu sehen, ihr in die Augen zu sehen und zu lächeln. Auch obdachlose Bettler oder wer auch immer so in Fußgängerzonen oder vor dem nächsten Rossmann rumsitzt. Einfach lächeln, einfach ein freundliches Lächeln schenken und weitergeben und damit zumindest ein ganz kleines bisschen von der Liebe und Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes demonstrieren, die wir erlebt haben und auf die wir zurückgreifen dürfen. Schaden wird es sicherlich nicht. Es kann eigentlich nur helfen und den Leuten kann es wirklich gut tun. Wenn ich jetzt gerade an die Leute denke, die in der Stadt rumsitzen oder tatsächlich bei einem Rossmann, wo ich ab und an einkaufe. Ich glaube, die meisten Blickkontakt, den sie haben, ist der vermiedene. Also ich glaube, die meisten Leute gucken eben extra nicht hin. Viele, die hingucken, werden aber wahrscheinlich nicht freundlich gucken. Und deswegen ist diese Abwechslung vermutlich einfach auch ein unglaublich schöner Moment, der den Tag versüßen kann. Und es kann ein Anfang sein. Es schafft zudem direkt ein positives Bewusstsein für die Menschen um dich und um mich herum. Das Bewusstsein ist wichtig, ist wesentlich. Dazu sage ich ein bisschen mehr in der nächsten Folge, wenn es um Jesus geht, weil das mit einer bestimmten Offenheit und einer bestimmten Zielgruppe auch zu tun hat. Aber freundlich sein ist etwas, was relativ leicht ist. Ich würde es jetzt als vielleicht ersten Schritt oder einfachste innere Einstellung beschreiben, die man einnehmen kann und sollte, um natürliche Evangelisation leichter möglich zu machen. Die zweite ist gegenwärtig sein. Gegenwärtig sein klingt jetzt schon deutlich poetischer. Ich meine damit vor allem einfach im Hier und Jetzt bewusst, also wahrnehmend zu sein. Lass mich das ein bisschen beschreiben. So der Gegensatz davon ist das, was wir heute ganz viel antreffen, ist das, was so schnell passiert, gerade in einem digitalen Zeitalter. Der Moment, wenn so man mit seiner Familie oder seinen Freunden im Wohnzimmer oder beim Esstisch sitzt und einfach alle auf ihr Handy starren, alle ihr Smartphone in der Hand haben und entweder in den Social Medias unterwegs sind, Mails checken, Nachrichten lesen oder sinnlose Bilder und Witze angucken. Egal, was auch immer jeder macht, er ist in dem Moment nicht da, wo er physisch ist. Er ist mit seinen Gedanken, mit seiner Aufmerksamkeit voll in diesem Gerät und irgendwo anders. Und gegenwärtig sein meint in diesem Kontext, dass es darum geht, wieder neu zu üben und zu lernen, Leute und Situationen, Dinge, Atmosphären, Stimmungen in einem Raum, an einem Ort bewusst wahrzunehmen. So, wenn du in einem Wartezimmer sitzt beim Arzt, wenn du auf dem Spielplatz bist, wenn du Kinder hast, wenn du, wo auch immer du so deinen Alltag verbringst, dort sind Menschen, dort sind Dinge und oft auch Atmosphären und Stimmungen, gerade wenn es um geschlossene Räume geht, die man wahrnehmen kann. Auch wenn man sie nicht ganz greifen kann, auch nicht beschreiben kann, kann man sie wahrnehmen. Und das einzuüben, hilft aufmerksamer zu sein, auch für das Gegenüber. Wenn du üben willst, anderen ehrliches Interesse entgegenzubringen, ist wahrnehmen, aktiv zuhören, eine unglaublich gute Übung. Und es hilft uns. Der praktischste Tipp dabei wäre, einfach mal das Handy in Flugmodus schalten. Also, es klingt oft banal, aber es ist so leicht. Wir sind sehr selten gezwungen, manchmal beruflich, manchmal privat, wirklich erreichbar zu sein, auf die Minute. Im Normalfall ist es auch überhaupt kein Problem, wenn man eine Stunde später seine Nachrichten checkt oder verpasste Anrufen hinterhergeht. Selten ist es so dringend und so lebenswichtig, dass es in dem Moment sein muss. Deswegen einfach mal das Handy in Flugmodus schalten und deinem Gegenüber all deine Zeit und Aufmerksamkeit des Moments schenken. Das verändert schon einiges und es hilft uns, Menschen und Situationen besser wahrzunehmen und sensibilisiert uns für beides auch, was sehr wichtig ist. Der letzte Punkt, mutig sein. Mutig sein ist vermutlich so dann der dritte Schritt, wenn das jetzt eine Schritt-für-Schritt-Kette wäre oder der herausforderndste Punkt, der am wenig, der am schwierigsten ist. Weil mutig sein, das wissen wir irgendwo alle, hat ja immer was von der Bedeutung damit zu tun, Angst zu überwinden, Herausforderungen anzunehmen und darauf zuzugehen und etwas zu machen, was man natürlich vermeiden würde. So, wenn der Mensch selbst eher Konflikt-Joy funktioniert, ist ja eben mutig sein, das was dieser Natur entgegen geht. Und das ist auch in der Evangelisation grundsätzlich wichtig. Denn wenn du deinen Glauben teilen willst, wenn du anderen Menschen, Andersgläubige bekannt machen willst mit dem Reich Gottes, dann gibst du immer auch etwas sehr persönliches preis. Etwas sehr, ja, was sehr viel mit dir als Person zu tun hat, aber mit deinem Glauben, also auch mit der Grundlage deines gesamten Lebens zu tun hat. Und das macht dich in dem Moment natürlich auch immer etwas verletzbar, etwas angreifbar. Denn wir nehmen es sehr selten neutral wahr, wenn darauf Kritik kommt, wenn das hinterfragt wird, wenn das kritisiert wird, wenn das abgelehnt wird. So, und das sind dann oft auch Gedanken, innere Emotionen, die damit verbunden sind, die uns in diesen Situationen, wo wir Stellung beziehen könnten oder Zeugnis geben könnten, einfach was sagen könnten als Christen, dann doch lieber schweigen und nichts sagen, weil es Mut kostet. Und auch ich, der jemand bin, der gerne redet, auch gerne über den Glauben redet, auch ich brauche immer wieder eine Portion Mut und Kraft, um mich zu überwinden, um Dinge anzusprechen oder sogar auf Fragen zu reagieren, auch wenn mir das leichter fällt, als selbst die Initiative zu ergreifen. Deswegen gehört Mut immer mit dazu. Und das leitet direkt über, denn es ist wichtig für die Frage nach der eigenen Art und Weise. Viele schreckt ab, wenn sie das Gefühl haben, Evangelisation ist eigentlich nur das, was auf der Straße passiert. Evangelisation bedeutet, man spricht fremde Menschen an und erzählt ihnen, dass Gott sie liebt und ob sie Gott kennenlernen wollen und mit einem ein Gebet sprechen wollen. Das ist auch ein Teil von Evangelisation oder eine Art der Evangelisation, aber worum es mir geht und worum es mir auch vor einem Jahr ging oder uns als Gemeinde auch schon vor einem Jahr ging, als ich die Seminare zu Evangelisationsstilen angeboten habe, ist, dass Evangelisation vor allem auch im eigenen Umfeld stattfinden kann und soll. Und dass es oft auch leichter langfristig sein kann, beziehungsweise fruchtbarer langfristig sein kann, wenn man das im eigenen Umfeld, also mit Kollegen, Freunden, Verwandten, Bekannten, Nachbarn macht und mit ihnen den eigenen Glauben teilt. Und genau, was ich in dem Seminar gesagt habe, ist, dass wir alle geschaffen sind mit Persönlichkeiten, mit Gaben, mit Stärken und mit Schwächen und dass Evangelisation an unsere Stärken und Gaben angelehnt sein darf. Also, dass, wie du evangelisierst, bestimmt sein darf von dem, wie du bist, wie du funktionierst, was du gut kannst. Denn das ist meistens die leichteste und die natürlichste Brücke für dich, um deinen Glauben weiterzugeben. Und deswegen an dieser Stelle mal, wenn du nicht genau weißt, wovon ich rede, interessiert bist, vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Gemeinde warst, das irgendwie verpasst hast oder gar nicht zu unserer Gemeinde gehörst, schreib mich gerne an, botenstof at paulusgemeinde.de und dann schicke ich dir die Links zu den Seminaren, die Unterlagen, die du brauchst, also zum Beispiel den Evangelisationsstiltest. Und dann kannst du dich damit mehr befassen, denn auf das gehe ich jetzt gar nicht weiter ein. Wichtig ist, mir nur zu sagen, dass gerade im Kontext von mutig sein, dass trotz dessen, dass wir auf unsere natürliche und eigene Art und Weise evangelisieren und Glauben teilen können, dass trotzdem immer Mut erfordert, weil wir immer auch herausgerufen sind aus unserer Komfortzone. Also als Beispiel, wenn, ihr kennt diese Story, wo Jesus auf dem Wasser läuft und Petrus auch aus dem Boot steigen will und Jesus ihn einlädt, aufs Wasser zu kommen. Und ich, wer so Petrus sich mit Simon beschäftigt, Simon Petrus war so ein wirklich sehr impulsiver Typ, so ein nach vorne Macher, der gerne mal den Mund eher zu voll genommen hat, als nachzudenken, bevor er redet. Und deswegen war es, ich meine, wenn einer von den Jüngern zu Jesus aufs Wasser gesprungen wäre, dann wahrscheinlich Simon Petrus. Deswegen ist es total logisch eigentlich, dass er aufs Wasser geht, dass er derjenige ist. Es liegt in seiner Person, in seiner Persönlichkeit, in seinen Stärken, seinem Charisma, dass er das ist. Aber trotzdem kostet es ihm sicherlich ganz viel Kraft und Mut, sehr viel Mut und holt ihn aus seiner Komfortzone heraus, auf das Wasser zu gehen und sich ganz in die Hände von Jesus zu begeben. Also ganz dem zu vertrauen, dass er ihn auch ihm ermächtigen kann. Ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Aber das gehört, ich will einfach nur sagen, es gehört auch trotzdem immer dazu. Und Gott führt uns immer wieder in Situationen, wo wir auch außerhalb unserer Komfortzone sind. Und das wäre dann auch, womit ich abschließen will, und zwar egal, wie du evangelisierst. Alle Arten der Evangelisation haben gemeinsam, dass sie abhängig sind vom Wirken Gottes. Nichts von dem hat am Ende Frucht, wenn Gott nicht derjenige ist, der den gesäten Samen wachsen lässt, wenn man im Pflanzenbild reden will. Also, wenn Gott sich nicht finden lässt, wenn Gott sich deinem Gegenüber und dem Andersgläubigen nicht zeigt, nicht zugänglich macht, sich quasi verschließt oder einfach nicht dabei ist, gar nicht sich zeigen will, dann wirst du so toll reden können, wie du willst. Dann kannst du die perfekten Worte haben und die beste Rhetorik. Aber es wird nichts bringen. Und das soll vielmehr eine Erleichterung, Ermutigung, Befreiung sein, als eine Belastung. Denn am Ende kann man sich voll und ganz auf Gott verlassen. Und muss man sich auf Gott verlassen. Denn er ist derjenige, der das Erkennen bewirkt. Er ist derjenige, der sich nur selbst zeigen kann. Und er ist derjenige, der das am Ende auch machen muss. Also, so als kleiner Kontrast zu mutig sein. Es geht gar nicht darum, dich in jede herausfordernde Situation zu stürzen, sondern dann mutig zu sein, wenn Gott dich in eine Situation ruft, in der es Mut braucht, um Glauben zu teilen. Und dort wird dir Gott dann aber auch eben alles geben, was du brauchst. Das ist halt das Tolle, wenn Gott derjenige ist, der wirken muss. Er gibt dann auch alles, weil er will. Er will jeden Menschen auf dieser Erde, dem er noch nicht so persönlich begegnet ist, dem will er begegnen. Er will, dass jeder Mensch die Chance hat, ihn kennenzulernen, sein Reich kennenzulernen und Bekanntschaft zu machen mit diesem Leben, das Jesus uns verspricht und von dem Jesus erzählt und das er vorgelebt hat. Und deswegen ist er daran interessiert und wird uns auch zum richtigen Zeitpunkt in Situationen fühlen. Auch darum können wir und sollten wir beten. Das gehört dann quasi letztendlich zu mutig sein, dass wir nicht nur auf den Heiligen Geist vertrauen, sondern auch beten darum, dass wir in Situationen geführt werden, in der aus einem Lächeln ein Gespräch wird, in dem wir gegenwärtig sind und aktiv zuhören. In diesem Sinne sei ermutigt, freundlich, gegenwärtig und mutig zu sein in deinem Alltag. Lass dich auf Situationen ein, bitte drum und vertrau Gott, dass er alles gibt, was du brauchst, damit es gut wird. Und wenn du dich fragst, was Jesus jetzt eigentlich mit Evangelisation zu tun hat, dann viel Spaß bei der nächsten Folge.